Bernhard Höker, ein berühmter deutscher Komiker und Moderator, ist als humorvoller, charmanter und intelligenter Charakter bekannt, der durch viele beliebte Fernsehsendungen die Herzen des Publikums erobert hat. Geboren am 20. März 1970 in Frankfurt, Deutschland, ist er heute 54 Jahre alt, setzt seine Karriere jedoch mit Begeisterung fort. Hoekers Beharrlichkeit und Leidenschaft für die Kunst der Komödie haben ihm geholfen, viele Herausforderungen zu meistern und auf diesem Gebiet viele Erfolge zu erzielen. Ein großes Publikum begeisterte Bernhard Höker durch die Show Switch, in der er durch seine Fähigkeit glänzte, berühmte Charaktere auf humorvolle und kreative Weise zu parodieren. Außerdem war er von 2003 bis 2011 offizielles Mitglied des Rate-Teams der berühmten Show Genial Daneben, einem Programm, das von den Mitgliedern scharfe Intelligenz und die Fähigkeit zur schnellen Improvisation verlangt. Mit seinem natürlichen Charme und Humor war Höker nicht nur eine Inspiration für seine Kollegen, sondern auch ein bewundernswertes Vorbild für viele Fans. Höker ist nicht nur ein hervorragender Komiker, sondern auch ein Familienmensch. Er ist mit Eva von Mühlenfels verheiratet, einer in Mannheim geborenen und aufgewachsenen Fernsehproduzentin und Kinderbuchautorin. Hökers Frau ist eine talentierte Frau und ein unverzichtbarer Teil seines Lebens. Gemeinsam haben die beiden ihr erstes Kinderbuch geschrieben und veröffentlicht »Was macht Pöp?« im Jahr 2021. Derzeit leben sie mit ihren beiden Töchtern in Bonn, wo sie ein herzliches und liebevolles Familienleben aufbauen. Hökers Leben und Karriere schienen erfüllt, doch er konnte Schwierigkeiten und Herausforderungen nicht immer ausweichen. Obwohl er im Fernsehen oft mit einem Lächeln und Humor auftritt, hat Bernhard Höker privat auch Trauer, die er nicht so einfach mit dem Publikum teilen kann. Diese Trauer drehte sich hauptsächlich um den Druck und die Spannungen in seiner Karriere, sowie um die schwierigen Momente, in denen er Veränderungen in seinem Privat- und Arbeitsleben bewältigen musste. Nach Angaben seiner Frau Eva von Mühlenfels war Bernhard zu Hause ein ruhiger und nachdenklicher Mann. Er ist nicht nur jemand, der das Publikum zum Lachen bringt, sondern auch ein Ehemann und Vater, der immer Zeit mit seiner Familie verbringt. Eva verriet, dass Höker manchmal einem Arbeitsdruck ausgesetzt ist, der ihn müde und erschöpft macht. Als Künstler ist er ständig bestrebt, dem Publikum Freude zu bereiten, doch der Druck, sein Image aufrecht zu erhalten, sowie der Wunsch, sich zu verbessern, lassen ihn manchmal einsam werden. Eva war immer an seiner Seite, ermutigte ihn, teilte seine geheimen Gefühle und half ihm, Beruf und Familie in Einklang zu bringen. In seiner mehr als drei Jahrzehnte währenden Karriere hat Bernhard Höker viele Erfolge, aber auch viele Misserfolge erlebt. Obwohl er für viele humorvolle Fernsehsendungen bekannt ist, gibt es auch Projekte, die nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen. Als Künstler versteht er, dass die Öffentlichkeit nicht immer alle seine Werke akzeptiert. Einige der Shows, an denen er teilnahm, erreichten nicht das erwartete Publikum, was ihn immer enttäuschte. Bernhard betrachtet sie jedoch immer als wertvolle Lektionen, die ihm helfen, in jeder Rolle sowie in seinem Auftrittsstil zu wachsen und sich zu verbessern. Eine weitere bewundernswerte Eigenschaft von Höker ist seine Beharrlichkeit. Auch wenn er über 50 Jahre alt ist, behält er bei der Arbeit seine Form bei und tritt ständig im Fernsehen auf, um dem Publikum Lachen und Freude zu bereiten. Dazu musste er sich einer ernsthaften Ausbildung unterziehen, von der Erhaltung der Gesundheit bis hin zur Suche nach neuen und kreativen Ideen. Bernhard Höker wollte sich nie auf einen einzigen Stil beschränken. Er entwickelt kontinuierlich Innovationen durch intelligente und kreative Rollen und Parodien. Die Vielfalt seines Stils ist nicht nur eine künstlerische Bereicherung, sondern auch ein Faktor, der das Publikum nicht aus den Augen lassen kann. Mit seinem angeborenen Talent und seiner Fähigkeit, alle Altersgruppen zu erobern, scheint er aus der deutschen Öffentlichkeit nicht mehr wegzudenken. Wenn man auf seinen beruflichen Werdegang zurückblickt, sind wichtige Meilensteine nicht zu übersehen. Die Serie Switch war das Sprungbrett, das ihm half, berühmt zu werden, dank seiner Fähigkeit, sich in berühmte Charaktere mit einem einzigartigen humorvollen Schauspielstil zu verwandeln. Als er dann zu »Genial daneben« kam, stellte er seine Scharfsinnigkeit und Schnelligkeit unter Beweis. Bei diesem Programm musste er Antworten auf scheinbar unmögliche Fragen geben, und es waren seine Raffinesse und seine Fähigkeit, schnell zu improvisieren, die das Publikum stets bewunderten. Obwohl es für ihn Zeiten gab, in denen er unter Stress stand, weil seine Antworten negatives Feedback erhielten. Doch hinter dem Rampenlicht erlebte Höcker auch Momente der Einsamkeit und Trauer. Seine Frau Eva erzählte einmal, dass Bernhard manchmal Angst hatte, mit der Zeit seine Form und die öffentliche Zuneigung zu verlieren. Im Herzen eines Künstlers, insbesondere eines Komikers, herrscht immer die Angst, die Fähigkeit zu verlieren, anderen Freude zu bereiten. Das bringt Bernhard manchmal dazu, sich zu quälen und über die wahre Bedeutung von beruflichem Erfolg nachzudenken. Eines der Dinge, die Bernhard immer am Herzen liegen, ist die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Da sein Job es erfordert, ständig in der Öffentlichkeit aufzutreten, hat er oft ein schlechtes Gewissen, weil er nicht mehr Zeit mit seinen beiden Töchtern verbringen kann. Obwohl er seinen Job liebt, bedauert er es oft, wenn er in wichtigen Momenten nicht bei seinen Kindern sein kann. Eva, seine Frau, ist jemand, der ihn versteht und ihn in jeder Situation immer unterstützt. Sie macht ihm klar, dass seine Liebe und seine stetige Präsenz im Leben seiner Kinder wertvoll sind. Hoekas Erfolg beruht nicht auf Glück, sondern auf Beharrlichkeit und Fortschrittsgeist. Jedes Mal, wenn er versagt, steht er auf, lernt und findet einen Weg, es besser zu machen. Eine Reihe erfolgloser Programme führten dazu, dass er Kritik und sogar Zweifel an seinen Fähigkeiten ertragen musste. Doch anstatt zu zögern, schuf Hoekas weiter, erweiterte seine Vision und brachte ständig Innovationen hervor. Zusammen mit seiner Frau ist er an Projekten beteiligt, die von Comedy über Fernsehen bis hin zu Kinderbüchern reichen. Als er und seine Frau 2021 gemeinsam ihr erstes Kinderbuch, Was macht Püb, herausbrachten, empfand er es als einen der großen Meilensteine im Leben. Es ist nicht nur ein Familienprojekt. Das Buch zeigt auch die tiefe Verbundenheit zwischen ihm und seinen Kindern. Bernhard möchte, dass seine Kinder verstehen, dass hinter jeder humorvollen Geschichte, die er auf die Bühne bringt, ein Vater steckt, der seine Familie immer schätzt und liebt. Rückblickend auf die Reise haben die Trauer und die Schwierigkeiten Bernhard Hoekas nur noch stärker gemacht. Er bleibt allen Herausforderungen standhaft und bringt dem Publikum weiterhin Freude und Lachen. Das ist sein wahrer Erfolg, nicht nur in seiner Karriere, sondern auch in der Art und Weise, wie er sich den Herausforderungen des Lebens stellt und sie meistert. Sendung Switch Dies war ein großer Wendepunkt in der Karriere von Bernhard Hoekas. Mit seinem Talent berühmte Charaktere auf humorvolle und einzigartige Weise zu parodieren, wurde er schnell berühmt und eroberte die Herzen des Publikums. Genial daneben Als festes Mitglied des Rateteams der Show von 2003 bis 2011 beeindruckte Hoekas durch seine Intelligenz, Beweglichkeit und seine Fähigkeit, in schwierigen Situationen zu improvisieren. Das Programm half ihm, seine Position in der deutschen Comedy-Branche zu festigen. Karriere als Moderator und Teilnahme an vielen Comedy-Shows. Bernhard nahm an vielen verschiedenen Comedy-TV-Shows wie Genial daneben, Switch, Reloaded und anderen Projekten teil, was ihm half, seine Popularität über viele Jahre hinweg aufrecht zu erhalten und zu einem bekannten Gesicht zu werden. Vielfalt in der Kunst Er beschränkte sich nicht nur auf die Tätigkeit als Komiker, sondern erweiterte seine Tätigkeit auch auf die Moderation von Shows, die Schauspielerei in Filmen und das Schreiben von Büchern. Dies zeigt Hoekas Flexibilität und den Wunsch, sich ständig zu verbessern. Das Kinderbuch Was macht Püb? Mit seiner Frau Eva von Mühlenfels brachte er 2021 sein erstes Kinderbuch heraus, das nicht nur Kindern Freude bereitet, sondern auch einen bedeutenden Meilenstein im Familienleben und in der kreativen Karriere markiert. Einige Projekte waren nicht erfolgreich. Bei der Teilnahme an Fernsehsendungen wurde nicht jede Sendung an der Hoekas-Teilnahme vom Publikum begeistert aufgenommen. Einige Shows oder Rollen fanden nicht die erwartete Resonanz, was dazu führte, dass er auf Kritik stieß. Leistungsdruck Trotz seines Erfolgs muss Hoekas mit zunehmendem Alter dem Druck ausgesetzt sein, seine Position zu behaupten. Ständige Bemühungen, etwas Neues zu schaffen, scheitern manchmal und die Anpassung an den sich ändernden Geschmack des Publikums ist keine leichte Herausforderung. Das Ungleichgewicht zwischen Beruf und Familie, aufgrund der ständigen Anforderungen der Arbeit, äußerte Höcker einmal seine Trauer darüber, nicht genug Zeit mit seiner Familie, insbesondere mit seinen Kindern, verbringen zu können. Dies führte einmal dazu, dass er sich bedauerte und unter Druck gesetzt wurde, was sich negativ auf seine Arbeitspsychologie auswirkte. Negatives Feedback von Publikum und Medien. Als berühmter Künstler erhielt Höcker negatives Feedback von der Öffentlichkeit, insbesondere wenn seine Projekte nicht so erfolgreich waren wie erwartet. ...Schülerinnen und Schüler, aber eben auch der Einbezug in die Beurteilungsprozesse, in diese Idee, Schülerinnen und Schüler zunehmend urteilsfähig darüber zu machen, was hier zu lernen ist, selber einzuschätzen, wie man auf dem Weg ist, wie weit man schon gekommen ist und was es vielleicht noch braucht, um weiterzukommen. Und da kommt jetzt was ganz Wichtiges im Spiel, die Frage, wie macht man denn das sichtbar? Man braucht eine Verhandlungsgrundlage. Manche Schulen wählen dazu Kompetenzraster, weil die sagen, die Kompetenzraster geben uns zumindest in einem ersten Schritt mal eine Hilfe, zu sagen, was ist denn das, was es hier zu lernen gilt? Und geben sowohl den Schülerinnen und Schülern als auch den Lehrpersonen Möglichkeit, sich zu verorten, wo man ist. Und jetzt kommt das ganz Wichtige, den Eltern auch das zu zeigen. Also es ist ja wichtig, wenn man versucht, stärker auf die Inhaltsseite des Lernens zu gehen und weniger auf die Einstufungs- und Bewertungsseite, dann bekommen Eltern sehr schnell kalte Füße und Angst. Und das ist auch völlig nachvollziehbar, weil die Schule am Ende des Tages Berechtigungen erteilt und das ja im ureigensten Interesse der Eltern sein muss, dass die Kinder möglichst hohe Lebenschancen aus der Schule mitnehmen. Und jetzt ist sozusagen die Aufgabe der Schule, das anhand der Inhalte deutlich zu machen, transparent zu machen, wie geht der Lernweg meines Kindes, welche Fortschritte sind erkennbar, wo kann es noch hingehen, wo muss es noch hingehen, welche Unterstützungen sind möglich. Also ich kann Eltern sehr gut verstehen, die da Sorgen haben, aber die Kommunikation muss eben auch die Eltern einbeziehen, muss die Eltern mitnehmen. Es muss sozusagen über das Lernen, das in einer Art und Weise sichtbar gemacht werden muss, müssen aber auch die Erfolge und die Lernfortschritte sozusagen gezeigt werden. Das ist ein großer Aberglaube zu denken, wenn man in die Richtung diskutiert, dass man den Noten einen weniger großen Stellenwert gibt, dass man dann weniger beurteilen würde. Das ist genau das Gegenteil der Fall. Dort, wo die Noten rausgehen, wird mehr beurteilt, aber es wird anders beurteilt, nämlich inhaltlich gehaltvoll, aufgabenbezogen, spezifisch, differenziert. Und dann fangen plötzlich an die Gespräche auch zwischen den Eltern, das wird in dem Film, auf den Lisa vorhin hingewiesen hat, auch so deutlich, dann werden plötzlich die Gespräche über Schule auch wieder inhaltlich, weil es um Inhalte geht, weil man sich an einem Thema festgebissen hat, weil man sich mit Sachverhalten beschäftigt und das sozusagen das Zentrale ist und nicht der Stellvertreter, den ich dafür bekomme, die Ziffern-Sensur. Also das würde ich sagen, sichtbar machen, Erfolge zeigen, Kommunikation alle einbeziehen und der Ansatzpunkt ist, so scheint es, der Unterricht und das ist sozusagen wahrscheinlich der Dreh- und Angelpunkt, wenn es darum geht, das Lernen, die Inhalte, die Themen wieder stärker in den Vordergrund zu stellen. Soweit vielleicht mal von mir. Vielen Dank, lieber Thomas. Das war eine sehr, sehr geschehenen Zusammenarbeit.